Was wegen der gelben Leibchen wie ein Trainingsspiel daherkommt, ist der erfolgreiche Auftritt der U19 des SC Freiburg in der A-Junion-Bundesliga bei 1860 München. Die Tore für den Sportclub erzielte Adel Dauri nach einem dicken Abwehrschnitt zu der Gastgeber in Minute 21. Acht Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Daniele Gabriele, sehenswert, der 2 zu 0 Endstand. Nach dem 22. Spieltag ist der SC weiter hinter Bällenfünfter und hat den Abstand auf die viertplatzierten Löwen auf vier Punkte verkürzt. Der SC Freiburg in der A-Junion-Bundesliga bei 1860 München.